Cheers, Freunde. Ich hab mich gefragt, ist Social Media peinlich? Meinte meine Mutter so ganz knallhart zu mir, Feli? Wenn keiner mehr über dich spricht, dann kannst du auch einfach sterben. Ah, alles klar. Und authentisches Hinfallen in 3, 2, 1... Deine Leihwagen will erschießen. Wisst ihr, was ich mich immer frage? Wie sieht eigentlich die Mom von Elevator Boy Jakob aus? Apropos Mütter. Wie geht's eigentlich Jonas und seiner Mom? Was das für eine dreckige Scheiße war, dass ich in einem ganzen Scheißzimmer nach Brix Scheißwäsche suchen muss? Freunde, viel zu lange mussten wir es schon ohne aushalten. Deswegen hier das Allerbeste, Wichtigste, Werbung. Freunde, kennt ihr eigentlich auch diesen Moment, wenn ihr gerade in L.A. am Strand chillt und irgendwie Bock habt, PUBG Mobile zu spielen? Absolut nicht. Ich schon. Dazu dance ich. Bundeskampf in der Bundesrepublik. Deutschland von 1900. 89. Gerhard Schröder ist mental auf jeden Fall noch sehr, sehr fit. Und an der Stelle, wenn es mit TikTok genauso weitergeht.